Der Task Red's Nest. Landet am besten in der Zone Charlie 2. Dort müsst ihr in die Nähe des Erste-Hilfe-Zentrums. Angekommen, findet ihr im oberen Stock das Handy auf dem hinteren Schreibtisch. Von dort aus müsst ihr einmal quer durch die Stadt, zum nächsten Ort. Dort findet ihr beim Telefon die Liste, die ihr aufnehmen müsst. Geht dann zu Landing Zone Charlie 3 oder zurück zu Landing Zone Charlie 2, um die Mission abzuschliessen. Viel Spaß in Grace on Warfare, euer Küni.